Genanets.de Youth of Pantheon, zeige dich! Wer hat euch erlaubt, einfach so in mein Schloss einzudringen? Demals gebe ich Excalibur her, verstanden du Wurm? Weder für Merlin noch für sonst jemanden in den Kerker! Als Kind erzählte mir Merlin die Geschichte des großen Königs, der mit Excalibur, dem Schwert der Gerechtigkeit, die Tyrannei beendete und Frieden brachte. Zu diesem großen König spreche ich jetzt. Für Camelot! Für Camelot! Eine Frau repräsentiert Camelot. Niemals! Hiermit eröffne ich das große Bogenschießturnier. Wenn unser Gast einverstanden ist, tritt Prinzessin Guinea-Werr im Finale für Camelot an. Mein Königreich ist sehr modern unter uns. Ich hebe meinen Kelch für den Frieden und für unsere jungen Ritterschüler, die wissen, wie man ungehorsam ist, um ans Ziel zu kommen. Ein Soldat muss gehorchen, aber ein Ritter muss wissen, wann er selbst Verantwortung übernehmen muss. Auf den Frieden und auf die Freundschaft! Auf Frieden und Freundschaft!